Hier ist ein riesiger Speer, Andy willst du den hinten reinkriegen? Ja! Ja, sollen wir dann weitermachen? Ich bin die ganze Zeit bereit. Ich finde das Spiel schon geil auf jeden Fall, macht es auf jeden Fall schon gut. Ja, meinte ich doch. Ich empfehle euch keinen Schrott. Ja, ja, ja. Meine Freundschaft ist Schrott genug, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, du hast mir Steven empfohlen. Schatten des Strikes, Jungs, ich glaube jetzt wird's heftig, weil Schatten wird immer heftig. Vielleicht der Schatten und sowieso. Und warum macht der Bob immer keine neuen Folgen? Dark Souls? Hä? Hä? Das ist der Schwerste. Packen wir schon, packen wir schon, Jungs. Packen wir schon, packen wir schon. Ich zweifle nicht an meinem LIFE! Ich geh noch durch, das ist vor hier. Ey, das ist doch neu, man kann hier durch den Baumstamm gehen. Das ist doch ein Mist! Ich wollte eigentlich Endys sagen. Das ist doch Endys Arschloch hier, oder? Ey, hier ist ein riesiger Speer, Andy willst du den hinten reinkriegen? Ja! Den habe ich doch letztens schon gesagt, dass der da ist. Ich glaube, der passt gerade so rein. Fergie Stone hat den Schlager gefunden. Oh wow, Fergie Stone. Ich folge einfach Ferg, weil der weiß sowieso, wo der ist. Ja ne, Ferg hat richtig klar. Ja, hä, hä, nein, ich rate gerade. Ja, ich hab keine Ahnung. Guck mal, was heißt denn warten, wiederholen? Eins, zwei, warten, eins, zwei. Nein. Also du drückst eigentlich nicht. Ne, versteh ich nicht. Du machst zwei Angriffe und dann drückst du einfach gedrückt rechtsklick. Aber das funktioniert halt nicht immer. Das funktioniert gar nicht. Nein, das funktioniert gar nicht. Doch. Bei mir leuchtet aber die Waffe. Ja, aber bei uns steht zweimal rechtsklick, dann warten und dann wiederholen. Also mit linksklick aber. Dann denke ich, das heißt zweimal rechtsklick warten, zweimal linksklick aber. Huh. Komm mal runter, Junge. Oh, er mag mich. Aua. So. Er hat schon geile Moves, Digga. Muss man ja zugeben, ne? Joi, du passt tot. Ist auch sexy animiert, ne? Ja, Mann. Oh fuck. Oh, Ferg, pass auf. Kleiner Babycrack. Ich wollte es. Boah, das hat er mir getan. In mein Herz, in mein anderes Herz. In mein anderes Herz. Oh, die großen Pelle nehmen. Oh, oh fuck. Oh, Bälle, Bälle. Was ist passiert? Wir kommen angelaufen. Ferg weicht aus, ich lauf voll in seinen Schlagmann. Achso, ihr habt ihn gesehen, Digga. Warum sagt er nichts? Oh, er sieht auch noch mal aktiv aus. Hä? Nein, du hast nichts gesagt. Oh. Oh. Another one. Boah. Ich hab geflared. Toa. Super. Verbündete wiederbelebt. Schadenfroße. Verbündete wiederbelebt bin ich gut, Digga. Aber ich hab die mal wiederbelebt. Doch, mich selbst. Gebrochene Teile. Gebrochene Teile. Was sind gebrochene Teile? Äh, für Ausrüstung, glaub ich, ne? Und so. Ja. Guck, ich weiß nicht. Äh, äh. Was da? Dann haben wir sie cool aus, Digga. Dr. Edgert hat neue Pizzen rausgebracht. Brezeln mit Sauerkaut. Ich hab alles angenommen, ich geh nochmal zu diesem Rüstungs-Dude. Und dann. Kommt wahrscheinlich jetzt eine richtig heftige, Digga. Eine richtig heftige, Digga. Markus Bohr. Juke the Box. Ist guter Name, Digga. Scheiße, ich hab vergessen, wo der Typ war. Ich hab original Orientierungssinn wie Zorro. Oh, da. Ich geh spazieren. Warum? Bitte geh nicht! Lass den Mist, du verirrst dich doch jedes Mal! Wir sind hier auf einem Archipel, wir finden dich nie wieder! Quatsch, ich werd mich nicht verirren! Oder gibt's hier, äh, äh, so, äh, Set-Bonus? Ne, ne? Nein. Doch, gibt es. Puck! Okay. Scheiße, ich nicht so, Digga. Glaub ich zumindest, äh, ich weiß... Oh, graue Koppenjackson. Das bin ich. Oder du hast Hose? Guck mal, wie ich mich drehe. Hast du Hose gekauft? Komm, Sascha, lass doch episch die Treppen hochgehen. Die ganze Welt PC! Oh, Mainframe! Sollen wir irgendwo hingehen? Das ist so wilder, ne? Ich bin so leicht zu entertainen. Komm mal, Satzion lädst du hoch. Kann ich machen. Es geht gar nicht weiter, ich hab kein neues Ausrufezeichen auf der Map. Ferg, was soll ich tun? Ferg, was soll ich machen? Spaß! Du musst auch zur Tafel gehen, du Jude! Ich bin noch bei der Tafel, aber da sind dieselben Sachen wie eben. Drück mal J. Hast du nix? Äh... Im Quest? Also doch, ich hab Dingsbums. Ich hab zwei Quest. Ich hab einmal, lege den Hinterhalt und... Judas! Judas! Lege den Hinterhalt und sieh dir das Angebot an. Welches Angebot? Weiß ich doch nicht. Ich spiel das Spiel nicht auf Deutsch, man. Keine Ahnung. Ja, dann Offer. Ist Offer nicht Angebot? Ja, oder Offer. Verfolgung vielleicht? Oder? Verfolgung? Ich bin grad dabei, meine Rüstung zu färben. Oh, ich hab was gefunden. Ey, ich hab ne Schildkröte gefunden. Was? Wie? Wo? Oh, ich hab ne glänzende Schildkröte gefunden. Hä? Verfolg, warst du hier schon? Ja, hab ich. Kann ich die aufsammeln? Nein. Kann ich die mir nur angucken? Ja. Schade, da war ne glänzende Schildkröte gefunden. Hä? Verfolg, warst du hier schon? Ja, hab ich. Den Hype aus jemanden raus, ne? Kann ich sie anfassen, aufnehmen? Kann ich sie haben? Nö.. Na gut, danke dafür Die haben die Tippphysik von Fortnite rausgenommen Ja dann spieh es nicht mehr Was haben die rausgenommen? In Fortnite gab es durch nen neuen Patch irgendwie, dass die Brüste sich bewegt haben Wir haben es rausgemacht Da kamen die ganzen zwölfjährigen und haben Jaa richtiger Hutfappen Fappfappfappfappfappfapp und sein dass wir alle auf den der Klinik aber er hat auch ein Geheimdienst er hat dafür oder er hat glaube ich meiner Waffe manchen richtig die aus dem Weg 8 Prozent der Pieper dreht durch ausreichend ausreichend Wie uninteressiert er ich sagt. Naja ich kann mir richtig vorstellen wie Verkh'n mystic rate ist. So wipe, ja gut, machen wir halt noch ein try. Ja ist auch so. So CC, alles klar Boss ist tot. Das erste mal seit 14 Monaten raiden wir, Boss ist tot. Cool, komm weiter geht's. Ja man, oder später wenn er seiner Frau Antrag macht. Willst du mich heiraten? Ja gut, wenn es sein muss, machen wir das halt. Und dann killsteuer Klasse 4. Was machen wir jetzt, was fangen wir unser erbärmlichem Leben in diesem Spiel an? Warum läuft Fuck Bauch frei rum? Das sind Fragen, die erfahren wir in der nächsten Folge. So. 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 Wie du einfach Ciao sagst. So. So. So.